Hallo miteinander, ich bin jetzt ein wenig nervös, als ob man sich kurz vorstellt. Ich bin Ursula, das sagen wir alle Uschi. Ich bin die Zwilling-Schwester von Erika. Ich dachte, dass ich heute auch erst mal eine Ansage mache. Also ich dachte, die urkigen Entli-Mücher ansagen. Die gefällt mir verdammt gut. Ja, sie spielt uns in sie und sagt, schaut gut zu. Ich dachte, ich bin schon immer mehr ein paar Häuser. Es ist egal, wie ich heute auch noch nicht eingeliebt. Musik 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 Aber Vater, du warst noch vor eine halbe Stunde da. Das kommen Gedächtnisse. Lachen Musik 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 Das war's für heute. 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 Vielen Dank.